Hallo zusammen, ihr wisst, dass wir normalerweise an dieser Stelle versuchen, euch für die neue Woche zu ermutigen, mit Gottes gutem Geist aufzuladen, damit er euch mit all seiner Kraft und Güte spürbar begleitet. Für heute war natürlich auch ein Montagsimpuls vorbereitet und auch schon aufgenommen, aber eben ein karnevalistischer Rosenmontagsimpuls. Karneval und Krieg, das passt für uns im Rheinbogen nicht zusammen. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger Koelet. Wir hoffen, dass möglichst bald die so sehnsüchtig erhoffte Zeit des Friedens, der Gemeinschaft, der Nähe und dann auch des Feierns und der Fröhlichkeit zurückkommen. Aber jetzt ist erstmal die Zeit des Betens. Und dazu lade ich euch ein am kommenden Donnerstag um 19 Uhr in der evangelischen Stephanuskirche oder im Livestream zum ökumenischen Friedensgebet. Und jetzt mit mir zusammen zu beten, da wo du jetzt bist und dann, wenn du das Video anschaust. Den Text blenden wir dir jetzt ein. Und so lasst uns gemeinsam beten. Gott, Teile unserer Welt versinken im Chaos. Vor dem Krieg in der Ukraine und an vielen anderen Orten dieser Erde stehen wir sprachlos da. Wir bitten dich, sende deinen Geist und eröffne Wege zum Frieden, damit Kinder, Jugendliche und Menschen aller Altersgruppen, Frieden und Freiheit, Sicherheit und Zukunft miteinander und füreinander gestalten. Amen. Bleibt stark in der Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass die Liebe und Versöhnung stärker sind als Hass und Gewalt. Habt eine von Gott begleitete Woche und bringt, wo immer ihr es könnt, Frieden. Dafür bleibt behütet. Amen. Ohaa, Jean-Marie. Sabte. 환neHAHA Geld- glänz 1 1 2 2 1 2 4 1 1 3 3 3 4